In der heutigen XXL-News-Folge geht es um neue F1-TV-Grafiken, McLarens finanzielle Situation ist kritisch, sieht so die zweite Kalenderhälfte aus, Williams neue Lackierung, Rocket auf dem Weg zu Mercedes, 2020 keine freie Reifenwahl mehr. Hallo Formel 1-Fans und willkommen zu den News. Zur neuen Saison, die nächste Woche startet, gibt es von der Formel 1 neue TV-Grafiken. Bereits 2019 wurden einige TV-Grafiken eingeführt. Diese sollen spannende Hintergrundinfos mit sich bringen. Insgesamt sechs neue Pakete soll es davon geben. Neu ist zum Beispiel der Car Performance Scores, also der Leistungsindex jedes einzelnen Boliden. Bewertet wird dieses nach der Performance in unterschiedlichen Kurven und Geschwindigkeit auf den Geraden von 0 bis 10. Dieses Paket wird in Österreich gestartet und hilft dem Zuschauer über die Stärken und Schwächen der Boliden. Ab dem zweiten Rennen in Großbritannien kommt ein weiteres Paket zum Einsatz, nämlich der Speed der aktuellen Fahrer im Vergleich zu den Fahrern aus der Vergangenheit. Ab dem Belgien Grand Prix sollen weitere Grafiken gezeigt werden, wie sich die Fahrer in langsamen und schnellen Kurven schlagen. In Saisonhälfte 2 sollen die letzten drei Pakete dazukommen, wie eine Fahrerbewertung aus Qualifying, Start, Rennpace und Reifenmanagement, sowie Überholverhalten und Positionsverteidigung. Des Weiteren wird eine Grafik eingeblendet, die die Fahrzeugentwicklung und Performance zeigt, sowie die Qualifying und Rennpace. Mittlerweile werden den Zuschauern sehr viele Infos zur Boxenstopp-Strategie angezeigt und es gibt eine Grafik speziell für die Reifenperformance, wobei die in der Vergangenheit fehlerhaft war, was auch Pirelli als Irreführung bezeichnete. Denn die Berechnungen stammten nicht von dem Reifenungsrüster, sie waren vielmehr eine Schätzung für die TV-Sender. Von daher interessiert mich mal eure Meinung zu den Grafiken. Findet ihr sie too much oder könnt ihr euch damit anfreunden? Schreibt es in die Kommentare. 280 Millionen Pfund oder umgerechnet 309 Millionen Euro benötigt McLaren vor dem 17. Juli, um seine langfristige Zukunft zu sichern, denn die Situation ist kritisch. Das britische Traditionsteam hat in Großbritannien eine schnelle Klage wegen der bestehenden Sicherheitsvorkehrungen für die Anlagen in Walking und ihre Sammlung von Formel-1-Rennwagen beantragt. Sie möchten die Sicherheitsfreigabe auf ihre Wertgegenstände, um durch eine Beteiligungsveränderung neues Geld zu generieren. Sie wollen die Wertanlagen verkaufen und sie dann wiederum von den neuen Eigentümern zurückleihen. Das ist aber noch nicht geschehen, weshalb McLaren nicht weitermachen kann. Am 8. Juni hat McLaren eine Klage gegen die UK Bank Trustees Limited eingereicht. Laut Dokumenten des Gerichts fungieren sie als Sicherheitsbevollmächtiger der Gruppe. Es soll eine Gläubigergruppe geben, die es nicht für angemessen halten, die Sicherheiten freizugeben. Sozusagen eine Hinhaltetaktik, damit McLaren Zeit verliert und das Ganze abbrechen muss. Jetzt ist das Team aus Walking vor Gericht gezogen und die Anhörung ist am 2. Juli. Die Ursache ist natürlich Covid-19. Nun wurde berichtet, dass McLaren bereit ist, sich einen Kredit von der BNB zu sichern. 44% der BNB gehören der Mumtala Card Holding Company Staatsfonds von Bahrain, welche 56% von McLaren besitzen. Wie die erste Hälfte der Saison aussieht, wisst ihr ja seit diesem Video, doch Gerüchten zur Folge soll es wie folgt weitergehen. Nach dem Italien Grand Prix in Monza soll es eine Woche später in Mugello weitergehen, welcher Toskana Grand Prix genannt werden könnte. Nach einer rennfreien Woche geht es entweder nach Sochi oder als Alternative nach Hockenheim, bevor es dann Richtung Portimao geht. Die weiteren Stationen wären Kanada, USA, ein China-Doubleheader, ein Bahrain-Doubleheader, wobei der zweite Grand Prix auf dem Outdoor Circuit stattfinden soll, bevor es dann am 13. Dezember zum Finale nach Abu Dhabi gehen soll. Die folgenden Daten sind noch nicht offiziell oder bestätigt. Der Imola Grand Prix wird wohl wegen der zu gefährlichen Boxengassenausfahrt abgesagt. Der Brasilien- und Mexiko Grand Prix wird wohl ebenfalls abgesagt werden. Eure Meinung zum Rennkalender in die Kommentare. Williams hat heute Vormittag um 10 Uhr die neue Lackierung für die Saison 2020 vorgestellt. Wie man anhand der Bilder sehen kann, ist der Rotteil komplett verschwunden und sehr viel Weiß ist zu sehen plus zwei unterschiedliche Blautöne. Auch die 70 Jahre Formel 1 Logos sind auf dem Bulletin zu erkennen, genauso wie die Logo WeRace S1 an der Heckflügel-Endplatte und auf dem Halo. Eure Meinung zum Design in die Kommentare. Williams ehemaliger Hauptsponsor Rocket scheint wohl bei Mercedes unterzukommen. Sie haben angekündigt, ihr Motorsport-Engagement aufrechtzuerhalten, denn sie sind in der W-Series und in der Formel E vertreten. Eine Bestätigung schiert zwar noch aus, soll aber noch kommen. Jeder Fahrer wird diese Saison die exakt gleichen Reifenmischungen haben. Acht Softs, drei Mediums und zwei Hards stehen zur Auswahl, denn das ist auch durch eine Reglement-Enderung festgelegt. Welche Reifenmischungen sich dahinter verbergen, ist jedoch von Rennen zu Rennen unterschiedlich. Kommen wir zu Mikes Meinung. Ich weiß zwar nicht, wie ihr zu den Grafiken steht, aber ich finde sie genau richtig, denn im Rennsport geht es nur mal um Daten und einige Zuschauer wollen davon mehr sehen, wie zum Beispiel ich. Ich freue mich sogar richtig darauf. Der Rennkalender für die zweite Saisonhälfte sieht vielversprechend aus. Der FW43 sieht mit dem neuen Design noch besser aus als zu Saisonbeginn, damals noch mit dem Rot von Rocket. Aber das ist ja reine Geschmackssache. Die einen mögen es, andere wiederum nicht. Apropos Rocket. Ich hätte nicht erwartet, dass sie von Williams zum Mercedes wechseln, obwohl es noch nicht fix ist. Aber das wird wohl bald bekannt gegeben. Und nun zum Community-Kommentar. Der kommt heute von Emil und er hat eine Frage zu etwas völlig anderem. Er fragt, Würdest du beim nächsten GPO mitfahren, wenn dich einer der Peets oder der anderen Beteiligten fragen würde? Und könntest du dir vorstellen, Brammen und Andi als weiterer Moderator mit mehr Hintergrundwissen zu unterstützen? PS, danke für die geilen Formel-1-Videos. Zuerst einmal gern geschehen. Ich würde liebend gerne dort mal mitfahren, aber da kann mir meine Community sicherlich helfen. Schreibt mir doch bitte mal in die Kommentare, was ich machen muss, um dort teilzunehmen. Vielleicht hat ja jemand von euch Connections und kann da etwas machen. Das wäre schon ziemlich cool, mal gegen die Peets zu fahren. Auch den Posten als weiterer Moderator kann ich mir durchaus vorstellen. Das soll es mit den News gewesen sein. Falls euch das Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben und abonniert diesen Kanal, damit ihr in Zukunft kein Video mehr von mir verpasst. Und denkt daran, Like und Abonnieren bringt euch auf den neuesten Stand. Bis zum nächsten Video. Ciao.